Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat sich die Frau Hasselmann hier so aufgeregt. Dabei muss ich natürlich sagen, eine schlechte Idee wird nicht besser dadurch, wenn man sie oft genug hier vorträgt. Die Forderung der Grünen nach einer weiteren zusätzlichen Regelung im Parteiengesetz ist unseres Erachtens aus mehreren Gründen nicht zielführend. Erstens. Das Sponsoring für Parteien ist rechtlich zulässig und bereits heute geregelt. Die Einnahmen sind nach § 24 des Parteiengesetzes im Rechenschaftsbericht der Parteien zu erfassen. Das gilt übrigens auch für andere Bereiche des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Warum wollen Sie eigentlich jetzt eine einzelne Einnahmeart herausgreifen? Das ist völlig unsystematisch. Wenn, dann müssten doch alle Einnahmen individuell und nach ihrer Herkunft ausgewiesen und zugeordnet werden. Zweitens. Sponsoring ist per se bereits ein transparenter Vorgang. Der Sponsor bezahlt dafür, dass er für sich wirbt, und zwar offen und publikumswirksam. Sonst würde es auch gar keinen Sinn machen. Der Vorgang ist für jeden sichtbar. Sie können das auf fast jeder größeren Veranstaltung beobachten. Ich lade Sie auch gerne mal ein auf den Parteitag der CDU. Dort werden alle Aussteller und Sponsoren öffentlich genannt. Und Sie können sich ein Bild davon machen. Das Gleiche gilt übrigens natürlich auch für die Grünen. Und ich habe Ihnen das ja auch gezeigt. Wir veröffentlichen das auch. Die SPD, soweit ich weiß, auch. Bei den Linken bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da wollen wir jetzt mal drüber hinweg. Herr Kollege Mohrmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen von Kredite? Ich würde das gerne jetzt erst mal zu Ende führen. Wenn Sie am Ende noch Lust haben, können wir dann ja noch mal zu Ende. Am Ende geht das nicht nur mittendrin. Gut. Danke. Das Gleiche gilt doch auch für die SPD. Lehnen Sie sich doch mal ein bisschen zurück und hören erst mal zu. Wenn Ihnen das noch nicht ausreicht, dann beantworte ich Ihnen natürlich auch oder wir alle Fragen zu diesem Sponsoring. Alle Ausstellerunternehmen werden auch häufig von Journalisten angesprochen und auch die beantworten solche Fragen. Es gibt an diesem ganzen Vorgang überhaupt gar nichts zu beanstanden. Im Gegenteil. Sponsoring ist transparent und hilft auch den Parteien, ihren verfassungsmäßigen Auftrag zu erfüllen, nämlich in die Gesellschaft hineinzuwirken. Warum sagt der Herr Lammert das dann? Drittens. Wir lehnen eine weitere Bürokratisierung im Parteienrecht ab. Die bestehenden Transparenzregeln im Parteiengesetz und auch im internationalen Vergleich sind sie weitreichend und sie haben sich bewährt. Die Transparenz unserer Parteienfinanzierung ist nämlich viel höher als irgendeine sonst. Weder Vereine noch irgendeine NGO, die sonst natürlich immer gerne mit erhobenem Zeigefinger uns begegnen, erfüllen solche Transparenzregeln wie wir in den Parteien. Das ist so. Allerdings führen diese Standards bereits heute schon dazu, dass ein erheblicher administrativer und auch finanzieller Aufwand getrieben wird. Die Parteien leben aber, wir alle leben, vom ehrenamtlichen Engagement unserer Mitglieder. Und das gilt besonders auch für die vielen Schatzmeister in unserer Partei. Mit immer mehr Bürokratie frustrieren Sie nur diejenigen, die noch bereit sind, solche Ämter zu übernehmen und sich damit auch für unsere Demokratie einsetzen. Und es ist bereits heute nicht einfach, Kandidaten für die Schatzmeisterämter zu finden. Und wir sollten es nicht noch durch mehr Bürokratie weiter erschweren. Viertens. Und Ihr Antrag zielt ja ganz offensichtlich auf einen aktuellen Fall im Umfeld der SPD. Da muss ich Ihnen aber sagen, Thema verfehlt. Denn die von Ihnen vorgeschlagene Regulierung im Parteiengesetz würde diesen Fall gar nicht erfassen. Es wurde in der Preise sogar der Vorwurf erhoben, die CDU sei schuld an den Vorfällen, weil wir bei der letzten Novelle des Parteiengesetzes gegen eine Sponsoring-Vorschrift gestimmt hätten. Das ist zwar ein netter Versuch, aber auch ein ziemlich plumpes Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Vorgang. Bitte erlauben Sie mir, dass ich hier die Parteienrechtlerin Frau Professor Schönberger aus Konstanz zitiere, die die Sponsoring-Praxis der SPD im ZDF als, ich zitiere, eine sehr intelligente, aber im Endeffekt trotzdem rechtswidrige Umgehung der Parteienfinanzierung bezeichnet hat. Und sie ergänzte dazu, es könne nicht sein, dass, ich zitiere nochmals, durch die Zwischenschaltung einer GmbH legal wird, was sonst illegal wäre. Es ging also gar nicht um das Parteiengesetz, sondern um die Umgehung des Parteiengesetzes. Und liebe Kollegen von der SPD, die Verantwortung für diese Vorgänge müssen Sie natürlich selber tragen. Und ich finde es auch gut und richtig, dass Sie klipp und klar gesagt haben, dass diese Praxis jetzt beendet wird. Denn natürlich schadet sie uns allen. Und fünftens und letztens, liebe Grüne, Regulierungen und Verbote sind ja Ihre Spezialität. Aber Sie drangsalieren natürlich vor allem die vielen Ehrenamtlichen, die für eine gute Sache werben, und nämlich für unsere parlamentarische Demokratie. Und die Unionsfraktion wird diesen Antrag deswegen ablehnen. Lassen Sie uns stattdessen lieber gemeinsam überlegen, wie wir unsere Demokratie und auch unser Land voranbringen, wie wir mehr Ehrenamtliche für unsere Parteien gewinnen können. Ja, Transparenz ist für uns alle wichtig. Es ist ein hohes Gut. Und wir haben, wie ich finde, auch einige sehr gute Vorschläge in den Schatzmeisterrunden. Und auch, Frau Hasselmann, wir waren ja auch zusammen an der einen oder anderen Stelle gefunden. Ob man die wirklich gleich in ein Gesetz gießen muss und damit zusätzliche Bürokratie auslösen, das möchte ich allerdings doch infrage stellen. Lassen Sie uns lieber Regelungen finden, die keine Bürokratie auf den unteren Ebenen auslösen. Für praktische und angemessene Vorschläge, dazu sind wir offen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Volker Beck um die Gelegenheit zu einer Kurzintervention gebeten. Und die Betonung liegt auf dem Punkt.